Da ist es zu Ende? Ich hab grad Angst, ein bisschen Zeug zu zeigen, weil hier sind ein paar Kartons. Ich meine, da ist eh deine Wodkaflasche auf dem Bett. Aber, hä? Nichts. Oh, äh, das hab ich, äh, warte. Das hab ich heute gefunden. Das ist irgendwie da seit zwei Jahren oder sowas. Heute gefunden, heute ausgetrunken. Retalk, ich... War noch voll das Ding. Was ist mit deinem Bildschirm? Äh, der steht weiter hinten, damit ich meine Maus hier schwenken benutzen kann. Alter, jetzt knallt er richtig. Oh mein Gott. Guck mal, ich... Ich knall...